so mein lieben genossen und genossinnen möchte ich etwas kurz zeigen etwas kleines und zwar eine sache zu rettet die welt die nämlich neu reingekommen ist besser gesagt das hat mit diesen tresor zu tun ich werde ihn ja wenn wir ihn öffnen verschwindet er und ja wie wir uns das anschauen ich habe mein kontor das bisschen kaputt der schmack ein bisschen rum und wir können das hier sehen richtig nice also wir können jetzt auch natürlich abbauen aber ja eröffnet sich wie gesagt richtig nice unterstützt jetzt mal kurz meine e-mails übrigens wenn ihr den torsor suchen müsst krypter wie gesagt hierunter geht es in die langen kamen wir könnt ihr hier suchen wie gesagt könnt ihr euch auch einfach mal anschauen ich weiß nicht ob das jetzt durch material hier reinkam oder durch irgendwas anderes aber wir haben hier wie gesagt die chance behalten wie gesagt noch richtig nice aus öffnet aber mal ja die drohen leider die drohen sind leider immer noch so wie immer wenn wir die jetzt öffnen dann klopfen sie weg leider leider schade 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 also aber tresor wie gesagt richtig richtig nice wäre schön wenn sowas noch noch ja weiter hinkommt da scheiter finden lustig einfach kein scheiter gefunden naja das soll es erst mal gewesen sein von mir wenn uns dann im nächsten video sieht ich kann nicht schon mal so viel sagen es wird ein video kommen das wird relativ lange gehen also ja seid gespannt darauf dann werde ich mein gesamtes inventar zeigen wenn die gesamten erwirtschaften die ich in der letzten zeit gemacht habe und ja ich würde mich jetzt verabschieden machen wir weiter wir sehen uns im nächsten video ja ciao